Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. Ja, es ist ein bisschen was geschehen. Ich habe hier doch das Feld weg gebaut. Ich habe hier eine Kuh gefangen. Einfach damit wir Zugang haben zu Joghurt. Ich habe nämlich ein tierisches Problem. Und das nennt sich Essen. Hier unten habe ich das Donne Rope Ladder gemacht. Da baue ich auch gerade die Farm hin. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen Zugang zu Wasser. Aber nicht über hier Regen habe ich das gemacht. Sondern die ganzen ein paar von den Luke Knight Mops. Ich glaube das sind die Spinnen, diese Frost Spiders oder wie die heißen. Lassen mir Eis und Packed Eis fallen. Habe ich das mal hingesetzt, abgebaut und schon haben wir Wasser bekommen. So, ich würde sagen, wenn wir mal ins Crash Buch reinschauen. Was können wir denn so machen? Hä? One Crash with Untamed Reward? Gut. Achso, ja, ich habe ein Bett gebaut. Wir bekommen Strings und ein Bananas-Smoothie. Wie viel stellt der denn wieder her? Uh, den sollten wir jetzt noch mal im Moment aufheben. Tun wir mal hier rein. Obwohl das Essen. Tun wir hier unten rein. So. Sehr schön, ich habe auch mal ein bisschen Ordnung gemacht. Hier haben wir jetzt die ganzen Erze reingetan. So, generell könnten wir jetzt hier den Fired Clay Bucket machen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Clay über. Und ich möchte heute auch schon direkt auf die Smeltery gehen. Dafür habe ich hier ein bisschen Grout vorbereitet. Hier haben wir 16 Stück. Können wir hier so den anderen 28 zuschmeißen. Ja, ich weiß nicht mal wieder einen Sack. So. Einen Clay Bucket brauchen wir. Dann brauchen wir einmal hier die Clay Pöpelchen. Oh, der Servert aber wieder. Der Servert macht aber wieder rumtara rumtara. Aber gut. So. Einmal den. Ein Clay Bucket. Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Oder was? Ich brauche natürlich noch mal Clay. Ich liebe es. Zack. Irgendwas sagt mir, ich werde in diesem Pack sehr sehr gerne was failen. So, das brauchen wir. Können wir jetzt. Natürlich nicht. Komm dann schmeiß mal den mal dazwischen. Und wir brauchen einfach mal hier schon weiter. Äh, Gun Ones. Ja, ja. So, das brauchen wir den Controller. Ein Drain. Und davon eins. Davon eins. Was verlangt da noch? Den Bersal müssen wir auch machen. Your Headwasting on the Cinderfire is over. Ja, okay. Danke für die Information. So, wir brauchen aber noch ein Glas. Und das würde ich mal gerade ganz kurz vorbereiten. Äh, ist das gerade mein Internet oder? Ja. Ich bin noch ein TS nötig am Ping von 39. So, zurück. Sehr schön. Danke. Kann man das hier wenigstens drin machen? Natürlich nicht. Äh, okay. So. Den Fire Clay Bucket haben wir. Claiming World. Wir bekommen 8 Glowstone Dust. Herrschaft des Feuers. Wir sollen einen Lover Clay Bucket machen. Und ein Crucible. Äh, den Crucible, den machen wir jetzt schon mal gerade. Hiervon haben wir noch was. Vom Knochen. So. Und ich würde überlegen, ob es sich lohnt hier eine Mop Farm aufzubauen. An sich. Bestimmt schon. Äh, hier müssen wir noch ein bisschen Sharkol dazu schmeißen. So. Okay. Ich muss bei mir wieder was leiser machen. Ähm. Jetzt mal so eine generelle Frage. Den Crucible. Ich weiß, den muss ich erst mit ner Fackel befeiern, ne? Aber. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich weiß, äh, Blazing Pyrofium geht noch. Wo haben wir das? Oh, hier haben wir nur die Wolken. Buckets? Okay. Auf jeden Fall, dass Pyrofium geht. Das weiß ich. Das habe ich schon getestet. Ich habe schon gedacht, das soll aber bedarf spielen. Ah, ist aber gut. Ein paar Leute leften gerade. Ja, komm, dann muss ich noch mal eine neue machen. Wie viele fehlen uns eigentlich noch für die Quests mit den Fackeln? 5 Stück machen wir. Komm. Wir gönnen uns jetzt mal richtig hart gerade. So. So. Und kriegen nochmal 16 dazu. Sehr schön. Oh. Das sind Tinkers Construct. Ja, gut. Ähm. Ich habe hier aber noch so ein bisschen mit Drawern schon gearbeitet. Was ich aber mal sagen würde. Komm. Wir machen hier eine Fackel. hin. Ähm. Dann. Komm. Da. Packen wir mal so ein Granite hin. Melting Speed. 0. 0. Okay. Was brauchen wir denn jetzt? Oder erkennt er die Tinkers Fucke einfach nicht? Aha. Jetzt wird schon eher ein Schuh draus. Gut. Wir brauchen jetzt einen Lava Eimer. Den ersten. Äh. Ich habe mal gehört, dass Lava für vieles gut sein soll. Und die können wir uns sogar aus normalen Steinen herstellen. Man braucht dazu nicht viel. Ja. Wenn wir jetzt hier genug Lava haben, werden wir es hier auf jeden Fall darunter setzen. Weil wir dann schon mal das. Die Stuttgart verdoppeln. Oh. Das war gerade gute Nachschreiben. Ja. Das wird ein bisschen warten. Aber hierauf habe ich es auch gesehen. So. Ich habe mir hier drüben, habe ich mir auch so ein kleines Gärtchen aufgebaut. Ja. Generell will ich das hier auf jeden Fall. Oh. Wenn der Metall ist frei. Vielleicht sollte ich das ein bisschen entleeren. Dann. Äh. Das kann da rein. Die Schneebölle können hier rein. Genau wie das. 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 Ne. Das nicht. Das hier brauche ich. Und den brauche ich. Wie sieht das dann mit der Quest aus? Die wäre an sich fertig. Wir müssen wir nun auf das warten. Sehr schön. So. Ich würde sagen, wir können ja schon mal den Grundaufbau hinstellen. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal nur eine 3x3. Das wäre das Beste, was wir machen können momentan. Ich meine, wenn wir jetzt Lava, können wir ja so oder so nachproduzieren. So ist es nicht. Aber wenn wir jetzt schon mal so eine gute Lava Versorgung haben. Ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich einen Tank baue. Ah ja. Wer es noch nicht gesehen hat. Ich habe mir mal hier so eine Obsidian Pickaxe gemacht und die hat aufgeknallt. die hatte vorher 71. Die hatte jetzt 571. Kann man ja mal machen, ne. Und ich sollte die Schaufel reparieren. einen Flinterino. Zack und zack und zack. Sehr schön. So. Ich mache nur hier den Grundaufbau. Boah, die letzten ein bisschen nervig. Bin ehrlich, für so ein Projekt finde ich, ist ein Community-Server nicht so die intelligenteste Idee. Aber naja. Baker steht halt zu seiner Community. Da bin ich wohl, glaube ich, der Letzte, der sagen würde, nee, das geht gar nicht dran. Dann lass mal Baker mit seiner Community was spielen. Nein. Ich meine, Baker ist ja nochmal so ein Community-Mensch. So. Smeltary Controller. Sia-Tank. Mache ich hier mal den Casting-Table hin. Wie sieht das aus? 120. Okay. Was können wir denn währenddessen noch machen? Wir könnten eine Trashcan machen. Letzten Drawer können wir machen, ja. Holzrüstung. Oh, da ist eine verhungert. Ja, ich muss sagen, ich bin da auch nicht so gut dabei. Ich bin grad mal so ein bisschen was am Hochzüchten. Bloß, mir fehlt da teilweise echt das Holz für. Oder die Gießkanne wirklich, wie gesagt. Weißt du was? Wir machen jetzt mal... Ich brauche 32 allein schon für die Truhen. Genau. Danke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja. Wundervoll. So. Den Drawer hätten wir. Oder die. Claim Reward. Äh, ja. Da haben wir gar nicht viele Sachen für. Platzieren wir die Drawer erstmal. 4. Ja. Da, dazu hin. Jetzt nicht da. So. Und dann machen wir nochmal ganz schnell die Holzrüstung, dass wir wenigstens etwas Schutz haben. So. Zack. 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 1, 2, 3. Etwas Holz kriegen wir jetzt gleich wieder. So. Zack. 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 Claim Reward. Aber wir kriegen sogar ein Herzcontainer. Sehr schön. Äh, was haben wir denn hier noch so alles? Die Großwild hier hat? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige, heilige, heilige Scheiße. Ja. Ich glaube das werde ich irgendwann mal offscreen oder so nebenbei machen. Ja. Keine Sorge, wir können uns schon zeitlich um die Grundlagen, besonders hier weil das ist lustig. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die drei sind die einfachsten. Ok. Ich kann überlegen, hoch der Blumen, auf einmal wird Botania was anfangen sollen. Der singende See, Blutfang ist noch gesperrt. Basic Dust da wird. Iron und Basic Gear. Ganz ehrlich, wenn die Schmied gleich fertig ist, dann fangen wir damit an. Ich würde sagen, das ist das Beste, was ich mal momentan machen kann. Ja. Also ich werde auf jeden Fall schauen, dass hier irgendwie eine Art, ähm, dass hier mal was leerer ist. Irgendwie so in der Nacht oder sowas. Ich habe ja noch die Möglichkeit. Werde ich hier irgendwie schauen, dass ich mal ein bisschen verschöner. Alter. Da. Ähm. Ich kann gerade überlegen. Ich habe hier noch Ruhe. Ah ne, das war unsere. Komm. Wir nehmen uns mal hier den Marble raus. Ach, das geht doch nicht mit Maiden. Ja, ich habe schon gesehen, wer in meiner gibt es. Hatte ich nicht gewusst. Ich weiß nicht, was man da stattdessen macht. Oh. 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 Hier, die haben auch Eiswein gelassen. Na, hab ich gerade gesehen. Harlow end. War das ungedrückt. Bolivien und Mangozeplings. Alter, was hier hat wieder alles. Und. Da oben waren auf jeden Fall große Baume, die müssen wir gerade fällen gehen. Ja, die gehen jetzt gerade schön alles schlafen. Das ist sehr schön. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wovon ich mich irgendwie ernähren könnte. Was ist das denn? Goddannis. Was ist das hier für komisch? Was ist das immer? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Irgendwann, ne? Ich werde irgendwann echt mal schauen, dass ich... Ja gut, so weiß ich. Das ist mein Eventarfall. Die Kohle sollte ich aber mitnehmen. Das kann raus, das kann raus, was ist das? Ein Lobber. Oh, der hat Mankoffing gedroppt. Und nen Stick raus. Ja, ich werde irgendwann nicht mal die ganze Insel ausleuchten. Was ist das jetzt schon wieder? Ein Vendigo? Kenn ich aus Final Fantasy. Boah, dieses Wasser, ne? Okay. Jetzt schauen wir, dass ich das Wasser hier wegflege. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Hauer. Erstmal hier. Ach, hier kann doch jetzt die Good Night sehr schön. Also, was habe ich jetzt geschissen bekommen? So gut wie gar nichts. Da kommt nicht da rein, das kommt da rein. Die genau wie die hier. Blaze 4, das kriegen wir auch hier raus. Kohle, Sylvur. Hier die Cropsticks werden wir unten mal ganz kurz dazwischenlegen, dass wir noch ein bisschen züchten können währenddessen. Zack, zack. Ich bin ehrlich, wenn irgendeiner hier zuschaut, wer auch hier mitzockt von der Liste oder generell auch, warum es da was drauf ist. Es wäre wirklich super, super nett, wenn hier irgendwo, wenn mich hier irgendeiner unterstützen könnte im Bereich Seeds oder sowas. Also, ich muss ja noch generell schauen, dass ich hier Sachen nebenbei vorbereite. Der kann weg. Weil generell brauche ich hier eine ordentliche Base und so weiter. Ich will schauen, dass ich Kontentabel verfolge, dann muss ich vorbereiten und dann komme ich teilweise nicht so wirklich hinterher mit dem Essen machen. Also, wenn irgendeiner zuschaut und sich berufen fühlt, ja komm, ich mach dir mal irgendwie so was fertig. Muss natürlich mal fertiges Essen sein. Einfach nur so ein paar Seeds. Also generell, wer es nicht weiß, hier die Seeds kannst du hoch zuschauen auf 10, 10, 10. Wenn das bei 10 Growth wachsen hier am schnellsten, Gain 10 kriegst du 4 Items raus, also in dem Fall 4 Weizen. Und bei Strength 10, dann kannst du letztlich mal mehr hier das Weed, also der Uncode, die Teile kaputt machen. Wie sieht das hier unten aus? Die Hälfte haben wir. Die Folge ist rum, Alter. Ja, gut. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Kann sein, dass ich bis dahin schon aus dem Lorach-Urlaub wieder da bin. Kann sein, dass so zwei, drei Folgen... Äh, ja. Ja, jetzt ist es so schön. Äh, so ein, zwei Tage, falls ich meine, nichts kommen wird. Dürfte ja wohl auch mal passieren. Ist ja wohl nicht so tragisch, oder? Gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, anmerksam Kritik. Alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.